Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux, mein Pool Wir sind die Firma Sibrotec und wir sind Hersteller von dem Banana-Boot. Die Grundvariante bei uns ist das Ruderboot, mit dem fahre ich quasi an. Das heißt, ich kann das Boot einfach dann rudern. Und die nächste Ausbaustufe ist dann quasi das Rudermotorboot mit dem Motor hinten dran. Dann kann ich mit dem Boot auch Motoren. Und die dritte Variante ist immer das Rudermotor-Segelboot. Das Grunde daran ist, dass es halt faltbar ist. Also ich habe das normale Boot, das falle ich zusammen und kann es mitnehmen. Und was das Ausschlaggebende ist, dass es unsinkbar ist, weil der Kunststoff leichter als Wasser ist. Das ist ein Rumpfstück. Das wird auch beim Aufbau gebogen. Das ist so fest, dass es in alle Richtungen quasi beweglich ist und auch nicht bricht. Auch wenn ich auf Steine rauf fahre, auf Glas rauf fahre, gibt es nur maximal eine Schramme, mehr nicht, ein Kratzer. Und deswegen ist das Boot so stabil. Und man erhält auf das Boot auch noch sage und schreibe 15 Jahre Garantie auf den Rumpf. Das ist auch einmalig in der Branche.